Wir sehen hier ein ex GVG Polaris, der der WVG. Ich habe ihn in seiner Suche entdeckt. Ich kann es laufen eigentlich. Er ist auf dem Weg hier der Nier unterwegs. So öffig verleckt. Dann kann er mich durch. Und der hat der Busfahrer oder hat der Faktor angebracht. Er macht so raus. Schade. Wenn er auf 4 fährt oder auf der Rheinland-Handt nicht, dann können sie so viel an der Zeit brauchen. Aber es ist wirklich sehr, sehr gut. Es ist schön zu sehen, dass hier auch mal andere Fahrer sind. Und die normalen Fahrer fahren, die so WVG-Pose von Milo reisen. Nur im Auftrag von 1 von Flieger, unter der Flieger-Deutschen-Bahn. Der fährt jetzt ab, der fährt jetzt ab. Der fährt jetzt ab. Der fährt jetzt auf. Der fährt jetzt auf. Der fährt jetzt auf. Der fährt jetzt mit Werbe. und es hat wohl auch einen Haferwechsel, aber dazu später in eine Sparte gegeben. Bis zum nächsten Video, tschüss!